Hallo und Willkommen zurück zu Lies of Pi. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch die Stadt gelaufen und haben eine neue Waffe bekommen, beziehungsweise gekauft. Und ich würde sagen, wir gehen einfach weiter, die Stadt erkunden und die Waffe ausprobieren, ob die denn was kann. Mhm, na klar. Machen wir es doch einfach so. Mach gut Schaden. Gefällt mir. Müssen wir mal auf das hinsetzen. So. Die macht echt gut Schaden. Die ist ja. Okay. Zum Appen. Hier unten. Ja, Gebrüder, Gebrüder, Wurfstellen. Kommt erst mal die Elektrokeule ab. Du auch. Okay, Vennignies, Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Grat 2. Die Attraktion dieses Monats, Alchemistenbrücke. Die Alchemistenbrücke ist die Brücke am Elysium Boulevard und der Hauptweg zum Rathaus von Grat. Das Zeichen der Alchemisten, der heilige Uruboros, ist passenderweise in die Brücke eingraviert. Das zeigt nicht nur, dass die Alchemisten eine mächtige und privilegierte Klasse sind, sondern auch enorme Mengen an Geld in der ganzen Stadt gespendet haben. Dank der ausgeprägten Kultur der Philanthropie in Grat findet man Gebiete, die nach prominenten Persönlichkeiten benannt sind. Ganz nach dem Motto der Stadt, die Bürger sind die Eigentümer der Stadt. Die bekannteste Attraktion ist die Rosa-Isabelle-Straße. Sie ist nach der Kulturförderin Lady Isabel Monar. Bespricht man das richtig aus? Monar oder Monade? Benannt. Wenn man jedoch die Heirat der Dame mit dem Anführer der Alchemisten Valentinus bedenkt, dann fragt man sich, wer wirklich die Kontrolle über Grat hat. Die Vereinigung der alten Familien von Grat und der Organisation der Alchemisten wird in dieser symbolischen Darstellung ersichtlich. Da das gefürchtete Uroboros-Zeichen auch auf der Mauer des Rathauses eingemeißelt ist, ist es offensichtlich, wenn die Stadt Grat, wem die Stadt Grat gehört. Bewertung 3 von 5 Ein guter Ort, um etwas über den Anfang, das Ende und das Wesen von Grat zu erfahren. Reporter Medoro Dieser Reiseführer wurde mit der Unterstützung der Firma Venigni erstellt, reflektiert jedoch eventuell nicht die Meinung der Firma. Hm. Alchemisten. Na gut. Hier ist noch ein Gegenstand. Darunter müssen wir bestimmt. Aber erstmal... Warte, warte, warte. Was? Schmetterling. Funky. Versteckter Mondstein. In manchen Teilen von Grat erscheint gelegentlich ein dimensionaler Schmetterling. Monars Lampe kann den Schmetterling aufspüren und leuchtet rot auf, um auf seinen Aufenthaltsort hinzuweisen. Sobald man sich in der Nähe des versteckten Schmetterlings befindet, erscheint er. Nach gewisser Zeit verschwindet der Schmetterling in eine andere Dimension. Töte ihn, um nützliche Materialien zu erhalten. Hammer. Und ein Sternfragment und hier geht es jetzt noch rein. Aber ich dachte, wir müssen nach unten. Bitte was? Warnung. Versteinerungskrankheit Quarantänezone. Betreten verboten. Jeder ist... Mein Gott. Jeder ist ein Patient oder Verrückter. Sprechen Sie nicht mit Ihnen. Okay. Also, geht es jetzt hier lang? Ich bin verwirrt. Okay. Äh, hier geht hier auch eine Leiter runter. Da und sind Gegner. Da ist... Ne, wir gehen erst mehr hier lang. Ich versuche es mir zu merken. Ich will dir auch möglichst viel mitnehmen. Da sitzt jemand. Grüße. Das muss jetzt deine erste Mal sein. Ich bin in der Betrification-Disease-Quarantäne-Zone. Feroze. Das ist die Leute. Das ist die letzte Mal. Du bist ein guter Samaritain. für mich, für kommen all the way here. Nein, Wann. Und... Ich frage dich ein favor. Meine Familie hat meine Baby aus mir und mich hier gebracht. Sie sagten, dass es für meine eigenen Gute ist. Aber es war einfach nicht so. Eine Baby muss mit seiner Mutter sein. Bitte gehen Sie in Quart City Hall und bringe ich meine Baby. Hm. Was, wenn die Personen Gründe hatten, das Baby in Sicherheit zu bringen? Aber auf der anderen Seite, das Baby gehört zur Mutter. Aber es ist halt eine Quarantänezone. Schwierig. Aber ja. Vielen Dank. Kinder. Ich kann endlich mein süßes Elaynas Gesicht wieder sehen. Bitte, hurry. Hörte Schäle, die sich über meine Augen spüren. Bevor ich meine Seite verletze. Bitte. Sie sagte, das Baby war in der Stadt Hall. Sollten wir es ausprobieren? Ich hoffe, dass alle sicher sind. Ist so lange dem Kind ja nichts passiert. Okay. Grüße. Du, du, du. Großer. Wachgeroboter. Nö. Wachgeroboter. 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 Ich glaube, es hat einen Einbruch zu lesen. Wachgeroboter. Na Nicht gut Gar nicht gut Ich hab nix, ne Hell-Item Okay Oh Gott Also Glocken Glocken ist ganz schön Boah Ich würd fast sagen, sinnlos Aber ich glaub, das ist zu hart Also Glocken Frisst halt so viel Schaden Ähm Ich glaube Das Ganze Ja Das läuft auf Mach hier und dodgen raus Glocken ist Das ist, ne Glocken, Glocken Solange man nicht ne Waffe hat Mit hohem Glock, ähm, Effekt Kann man das eigentlich getrost sein lassen Zimmerlich das Spiel Auch wie Bloodborne belohnt Dass du aggressiv spielst Und da passt Glocken halt Mit aggressiv spielen Du kriegst Schaden Und greifst an Und bekommst die Leben Scheinbar wieder zurück Wenn ich das jetzt richtig gesehen hab Beziehungsweise lädt sich ja deine Deine Heiltränke Wieder auf Wenn sie leer sind Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab Blocken ist Blocken ist wirklich schwer Und ich geh jetzt mal hier unten lang Wo ist es? Ist das du, Murphy? Oh Ich glaube nicht Sorry, ich dachte Du war mein Freund Murphy Murphy ist ein Super cool Police Officer Als Puppet Even Petrification Disease Can't get Him I Wish I Wish I was like him You You Should Lieb So you don't catch the disease from me If only we could play together like we used to Murphy I miss you Hmm Okay Das war jetzt Das war ja so richtig dumm von mir Oh Gott Das ist ja doch diese große Hoshi Oh nein Mariert's Eigentlich Doch nicht Oh nein Oh man Huh Schwerer als gedacht Okay gut Konzentrieren Ich könnte das Schwert benutzen Das sehe ich aber gerade irgendwie nicht Weil A langsamer Klar Klar Macht mir Schaden Aber eine Zeit von Schlag Schlag Hab ich Die Türchen viel mehr geschlagen Also Angesgeschwindigkeit mit dem Kolben ist halt einfach Größer Jedes Mal wenn ich denke ich pariere Pariere ich nicht Hm Aber ich habe auch schon lange nicht mal wirklich gelevelt Oder so Plus das Problem ist meine Sachen liegen jetzt da unten Okay ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Ja Ja das machen wir so Doch Du da Heilen Eilen W specialists Der hat mich dann echt gefühlt. Wie lange brauchst du denn in diesem? Piep. Animation zu beenden. Man kann sich aber bloß einen Angriff machen. Ist doch witzlos. Alter. Das. Puh, okay. Ich habe das Gefühl, ich muss leveln, Waffen aufwerten, alles. Standard Isolierungskonverter, Werkstatt. Okay. Also ich bin tot. Und faktisch bin ich tot, weil ein Gegner braucht mich bloß zweimal angreifen. Vielleicht auch nur einmal. Und ich bin dort. 200. Ich bin mal safe. Was war das für ein Geräusch? Ein Gemini ist Notfallschutz. Okay. Dann ist noch ein Hund. Kann ich hier oben aufmachen? Nein. Also war das jetzt hier unten optional. Okay. Also müssen wir an der Quarantänezone weiter. Verstarkter Mondstein. Da hinten steht noch jemand. Da läuft jemand Patrouille. Okay. Wir müssen das jetzt safe spielen. Wobei, ich habe ein High-Item. Okay. Trotzdem nicht zu viel riskieren. Ganz safe. Den Dexter holen. Dass das Ding kaputt geht, war jetzt eigentlich nicht geplant. Pfütze. Da hinten ist nichts. Gegenstand. Versteckter Mondstein. Die waren jetzt zum... Das ist jetzt blöd. Habe ich irgendwas zum Werfen? Maybe. Irgendwie ein Wurfmesser. Irgendwas. Dolch. Ein scharfes Rohr. Ja, werfen ein scharfes Rohr. Wow. Oder einfach so. Okay. Wir haben 1700... Ähm... 1700... Ja. Okay. Tauernreflexe. Tauernreflexe. 1700... Äh... Währung... Seelen... Wie auch immer es hieß. Okay, also sind wir jetzt hier hinten fertig. Also könnten wir wieder hoch gehen. Ähm... Tut das. Ich habe gerade Angst, dass meine Seelen irgendwie dann hier bleiben. Und deswegen gehe ich zumindest hoch. Dass ich diesen großen weißen... Roboter Hoshi... Safe nicht nochmal machen muss. Und probiere jetzt... Welche Taste worden ist nochmal? Äh... Ups. I did it again. Wo... Die Fabelkunst? Ne, benutzt die Göttergegenstand? Nö. Details sofort. Bla, 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 bla. Und werfen? Sag mal. War das vielleicht... Ja, benutzen sie einfach so jetzt. Hotel Stargazer. Können wir nämlich Waffen verbessern und... Aufläufen. Wenn ich jetzt wüsste, ob man mit diesen... Ähm... Boss... Sachen Waffen herstellen kann, zum Beispiel. Dann würde ich nicht benutzen, aber ich weiß es halt nicht. Du hast doch gerade geleuchtet. Benutzen. Schaltplatten in Besitzanz... Oh, 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 oh. Ich hab nix. Okay. Dann. Wie ist es nochmal? Ergo. Genau. Ergo des Parademeisters. Kann man damit noch was anfangen? Ich weiß es nicht. Und ich würde mich dann ärgern im Nachhinein. Erstmal gucken wir jetzt zu dieser... Legions... Waffen... Tisch. Ändern. Okay. Die skalieren auch. Draht schießen kann. Er kann... Genau. Drücken halt die Legionswaffe-Taste, um einen Feind zu verfolgen. Das sind dann sogar die Stufen... Verbesserungsstufen. Wenn ich das richtig verstehe. Ich weiß meinen Weg um eine Weapon. Wird man etwas schauen? Ja. Griff ändern. Okay. Hier kann ich nix machen. Wäre aber ganz geil, weil dann könnte ich... ...den Hammer... ...nämlich eine bessere Entschlossenheitsskalierung geben. Ärgerlich. Wollen wir mal Schaden machen. Ich würde sagen... Wir bleiben... Wir bleiben bei dem Hammer. Der ist ganz gut. Der kriegt halt elf mehr Schaden. Ja, halt zehn. Okay. Ja, ihr beiden... ...sowieso nicht. Du... Ach, jetzt brauchen wir schon zwei. Jetzt schon vier. Okay. Ähm... Ich wollte nochmal gucken... ...ob du skalierst ganz gut mit Fortschritt. Okay. Das Gefühl... ...wir müssen ein bisschen... ...aufleveln. Ich muss meine Power, um dir zu helfen. Ja, bitte. Ich kann ja mit ihr reden. Oh Gott, was war's? Fortschritt war's, ne? Ich mach mal kurz... ...die... ...waffe raus. Hier kommt der Hammer hin. Genau, Fortschritt B. Entschlossenheit C. Ja, bitte. Fortschritt B. Entschlossenheit C. Das... ...macht eigentlich bloß den physischen Schaden. Du machst den Elektro-Schaden. Ich kann aber nicht viel machen. Und eigentlich... ...wurde ich das schon besser finden. Ich hab echt nicht viel Ergo. Ja, wir machen erst mal Ausdauern. Was hast du mir denn zu sagen? Das Ergo. Ergo ist das Miracle, das Krad prosperiert hat. Without Ergo... ...there would be no automated Puppets... ...to make Krad wealthy. When you move... ...you tap into the power of Ergo within you. Gather more Ergo. It will make you stronger. Okay. In the folklore of Krad... ...a Cricket often acts as a guide. That is why these automated models became popular. But Gemini is unique. He's more than just a guide. As you get more familiar with Gemini... ...you'll see what I mean. Okay. Dann würde ich sagen... ...zurück... ...Lago benutzen. Okay. Fabeln. Okay, ja. Entschuldigung. Dann würde ich sagen... Gehen wir zurück. Richtung Quarantänezone. Müsste es jetzt weiter gehen. Wo dieser... ...Wachmann... ...stand... ...am lügen. 99%. 100%. Cool. Ich hatte keine Waffe. Genau. Ich wollte mal noch diesen... ...Griff... ...Fabel benutzen. Also L1 und 3. ...I like it. Ja, das ist doch schon mal besserer Schaden. Gefährliche Stelle. Wurfstein-Hoschi da oben können wir... ...Ignorieren. Wir müssen ja eh hier lang. Genau. Hier ging es nicht lang. Ne. Wir müssen... ...Wir müssen hier lang. Habe ich... ...im Fall der Fälle... ...vielleicht... ...irgendwas... ...was ich... ...den am Kopf schmeißen könnte? Ne. Wurfobjekte. Ein Zahnrad. Thermit. Okay. Das können wir mal ausprobieren. Dann haben wir dann... ...Blitz und Feuer. Wenn es funktioniert. Ich grüße dich, Kollege. Verschaffe er mir Einlass. Oder auch nicht. Hat er super funktioniert. Okay, das ist echt bad. Alright. Na los. Komm. Nö. Echt. Straff. Irgendwie sein Schlag dich verfolgt. So. Oh. Boah. Kopf eines Knüppels. Ist das jetzt eine neue Waffe? Tatsache. Kopf eines Knüppels der Kraterpolizei. Entschlossenheit B. Macht mehr Schaden. Hat aber auch keinen Strom. Das Ding ist es? Really? Okay. Fabelkunst vom Kopf. Sammle deine Stärke für einen großen Lieb nach vorne. Erhöht vorübergehend deinen Angriff für den nächsten Treffer. Aber das Ding hat ja null Reichweite. Okay. Nein. Ich würde mich echt gerne heilen wollen langsam. Zerrissene Kritzelei. Es juckt. Zieht man die Haut ab. Sieht man blaues Blut. 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 Hübscher Kokon. Blauer Engel. Freudiger Appetit. Blauer Tod. Was für ein Festmahl. Totodun. Totodun. Totodunt. Ich lebe. Es juckt. Ich muss sich waschen gehen. Pfff. Es. Hm. Okay. Dorgi. Der hat pariert Okay Gegner Gegner werden Böser Ach, hier ist das Gebiet da unten Okay, Shortcut Bei der Shortcut auch nicht wirklich easy ist In dieser Weise Wachmann Ach, komm schon Kriege ich Steine Waffe? Die sieht nämlich ganz nett aus Reparieren Den Hebel anheben Okay, es geht hoch Oh, mein Freund Ah Das Ist ja perfekt Das trifft sich ganz gut Weil Ja Die Aufnahme ist jetzt vorbei Dann bedanke ich mich fürs Zusehen Wünsche euch noch einen schönen Tag Und bis zum nächsten Mal Ciao Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal